Wie lange gibt es die Zone schon? So lange wie es Menschen gibt. Sagen zumindest immer alle. Das habe ich auch mal gehört, aber... Irgendwie muss man doch herauskommen. Warum willst du jetzt auf einmal nach draußen? Wer weiß, wie es da draußen ist? Vielleicht sind die Fehler grenzenlos. Oder die Luft draußen ist giftig und die Zone ist der einzige Punkt, wo ich noch arbeiten kann. Du weißt ja, was passiert, wenn man der Zone zu nahe kommt. ...